Was ist das Unternehmertum? Unternehmertum ist das freie Wählen von Risiken, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Geld zu verdienen und einen nachhaltigen Unternehmenserfolg zu erwerbschaften. Was ist das Unternehmertum? Wer langfristig denkt, innovativ ist und seine Leute motivieren kann. Weil ich genau das am liebsten tue. Mein Vorbild als Unternehmer ist Bosch, weil Innovation, Bodenständigkeit und langfristiges Durchhalten mit nachhaltigem Erfolg gesichert wurde. Eine Aktientransaktion in einem der Emerging Markets. Was ist das Unternehmertum? Dass ich nicht früher etwas schon gemacht habe. Was ist das Unternehmertum? Weitere Wirklichkeit und